So Leute, wir sind wieder da! Bei Lemmingball Z! Oder sie oder was auch immer. Wer ist Mighty Mask? Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Mighty Mask. Das sieht aus fast wie Buch, find ich. Ich hab echt keine Ahnung. Boah, ich kann mal... Weil ich ja mal verliere. Nimm ich Krillin. Dann müsst ihr ja schon fast Freezer nehmen, Alter. Na komm, ich nehm Freezer. Jeder hat mal Krillin getötet. Oh krass. Ich hab da was für dich. Falsche Richtung. Ja, hab ich auch gemerkt. Zu spät. Was mach ich denn? Woah. Ah, geil! Ach, hier unter uns ist ein Planet. Ja, man sieht ihn nun. Ach, ich bin tot. Okay. Was? Jo. Genau so ist das in der Serie passiert. Guck mal was da ist für dich. Aua, ich nehm meinen Fuß los. Ja, was ist denn da für mich? Das da. Oh, 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 oh. Alter, da kommt was auf mich zu! Verkann er mir! Haha! Ja, das war ein Selfie. Verkann ist ja voll mein Charakter, ey. Eigentlich müsst ihr doch noch so eine Riesenkugel um dich rumfliegen, Alter. Da ist die Riesenkugel, von der ich gesprochen habe. Ah, ich hätte kleiner Richt. Nein, auf! Aus! Nein, aus! Boah, der hat sich ja richtig. Ja. Und? 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 Du kriegst noch eine Riesenkugel! Woah, what the fuck! Ach Mist. Voll, voll. Ich hab einen Knick in der Optik gehabt, ey. Oh, ich hab echt nicht mehr viel Leben. Alter, ich hasse diese Attacke, ne? Oh, ich glaub, die ist nicht, die ist noch nicht perfekt. Fuck! Bam! Ja, und his Darkseid. Okay, 2-2. Ja, Latte ist direkt da richtig crazy auch. Aua. Oh yeah. Wie soll ich da denn tun? Nein, schieß doch einfach! Au! Oh, ah, oh! Der sah gut aus. Wenn plötzlich die kam. Aaaaaaah! Dann kommen schon mal die Nächsten. Ich kann nicht höher! Gut so. Der war unfair. Alter, wie er ja schon wieder seinen Kack da aufzählt, ey. Ich hab sonst keine Attacken, die geil sind. Au, au, au! Ihh! Daherum kreist mich was, Alter! Wow! Alter! Daherum kreist mich was! Ah, komm! Haha, unterbrochen! Millie Sekunden mehr, ey! Ich muss den da bänden. Wow! Au! Umkreiset ihn! Yes! 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 Shit, ey! So. Der noch hinterher. Bäm! Oh ja. Nein! Ey, hier ist immer so ne Grenze, wo ich nicht weiter nach oben kann, ey. Das ist immer von Unfall, wenn man ausweichen will. Das will spawnen bitte genau da drin. Ach, schade. Ey, Grelin! Au! Au! Ich glaub, da ist dir was auf den Kopf gefallen. Au! Ah! Warum hat der gestoppt? Der ist da oben detoniert. Aua! Aua! Amai! Ich hab mein Rekordstand verbessert, wenn ich mich nicht wieder selbst umbringe. Du bist bei drei Grad. Ja. Du hast das Kajokmann, oder? Ja. Wie möchtest du wieder aus? Hinter... Null. 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 themi Was ist zur Hölle? Da kommt was! Oh oh! Immer geil, wenn der irgendwo so außerhalb des Bildschirms detoniert. Au! Komm her! Nimm dies! Nimm er sogar tatsächlich! Ich wollte den auslösen und mich dann direkt raus spawnen, genau so, aber direkt halt. Stirb einfach! Ich wollte einmal drinnen im Nahkampf, ey, und er lässt dann einfach Eiskalt nicht zu. Ja, weil du im Nahkampf immer gewinnst. Ja. Ich glaub, meins war stärker und da ist noch was für dich. Mah. Ja, übertreib. Tu ich auch. Oh, warte! Boah! Was? Kugel war stärker. Ey, deine Attacken sind alle viel besser als meine. Na, ich hab einfach ein höheres Powerlevel, ich bin bei 6000. Ich check nie, wie man das auflädt. Hoch Null. Ah! Jetzt, wo ich gestorben bin, weißt du? Toll! Okay, eine der Wong-Chu ist jetzt auf jeden Fall noch, Tom, aus dem Prinzip, dass... Im Normalen, siehste, ich hab das doppelte Powerlevel von dir. Und wenn du dann in Supersize in Form gehst, im Endeffekt, dann verdoppelst du das Powerlevel nochmal. Jetzt bin ich bei 6000. Ah! Ja, okay. Dann auf zur nächsten Runde, ne? Jo.